Musik Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Projekt, wenn man es so nennen kann. Ja, wir zocken City Skylines. Und ja, ich hatte gestern schon mal, guck mal das hier, nehmen wir das hier. Ich hatte gestern schon mal eine Aufnahme gestartet, aber mein Rechner ist währenddessen einmal komplett abgekackt und hat sich ausgeschaltet. Und ja, das ist das dritte Projekt, Leute, was jetzt täglich kommen wird. Hoffentlich. Ich muss noch einmal ein Mikrofon richten. Bald auch mit Cam, ich muss nur noch alles mit dem Greenscreen nochmal hinkriegen. Weil ich ja die Wand gestrichen habe, etc. Ist jetzt alles mit den Einstellungen ein bisschen anders. Und ich muss meine Softboxen richtig platzieren und, 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 und. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles hinkriegen soll. Das Problem ist halt, ich, ähm, muss irgendwie die Softboxen so platzieren, dass weder zu weit oben, also, dass der Lichtpegel, ähm, von oben herabscheint, sodass oben die Wand heller ist als unten. Oder ich muss irgendwas in den Einstellungen ändern oder was auch immer. Muss ich alles nochmal gucken. Ja. Und deswegen jetzt erstmal nicht mit Cam. In der nächsten Aufnahme-Session wahrscheinlich mit Cam. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt aufnehmen werde. Ich muss mal gucken. Erstmal brauch ich Ewigkeiten, um zu laden. Die Musik ist laut. Auf dem Ohr zumindest bei mir. Aber naja, gucken wir mal. Ja, ja, City Skydance. Warum City Skydance? Warum so ein Game? Ich weiß es nicht. Ich hatte einfach Bock auf so ein kleines Aufbaugame, weil das kann ich schön am Stück aufnehmen. Und. Ja. Was ich gerade nochmal nebenbei machen kann. Wundert euch nicht. Ich muss einmal. Das WLAN wieder anmachen. Ich hab bis eben noch LOL gezockt und währenddessen mach ich das WLAN immer aus. Und. Ja, meine Schwester hat sonst kein Internet. Ähm. Sie war auch nicht da, deswegen jetzt ist sie da. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist alles WLAN, wenn nicht werde ich mit dem Game wieder ausmachen. Und. Äh, wieder anmachen. Und deswegen musste ich das kurz einmal anmachen. So, jetzt aber wieder zurück in-game. Und ja, City Skydance, ich weiß nicht. Ich hatte Bock auf so ein Aufbaugame. Ich hab keine Ahnung von dem Spiel, so wirklich. Ich weiß halt, man muss eine Stadt errichten. Ich weiß aber nicht genau, wie alles funktioniert. Gott, ist das laut. Ähm. Hab ich irgendwie hier Einstellungen? Da oben sind die Einstellungen. Optionen. Audio. Ich hab hier schon ein bisschen was geändert, aber. Die Musik muss noch. Die Musik lass ich doch mal lauter. Effekteinstellungen runter. Umgebung, UI. Was ist denn Chirper-Lautstärke? Keine Ahnung. Haupt-Lautstärke noch mal ein bisschen runter. So, passt das. Straßen bauen. Genau, wir können jetzt Straßen bauen. Wo muss ich... Achso, so bewege ich. Genau. Ähm. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das mache. Mach ich... Ich baue erstmal eine normale Straße, aber. Äh, erstmal in die Richtung. So. Und von hier aus auch nochmal in die Richtung. So. Wie gesagt, ich hab gestern schon ein bisschen was gemacht. Deswegen. Und hier machen wir jetzt erstmal ein bisschen Gewerbegebiet hin. Zack. Das hier auch voll machen. Das hier auch alles Gewerbegebiet. Genau. Und dann brauche ich erstmal Wasser und sowas. Ach, hier können wir gar nicht bauen. Das heißt, wir müssen hier bauen. Oh, wow, 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 wow. Okay, dann machen wir erstmal Wasser. Erstmal eine Wasserpumpe. Die bauen wir mal hier an Rand. Wie viel kosten die? 2500. Machen wir gleich mal noch eine zweite hin. Ich würde sagen, direkt daneben, oder? Äh. Hm, 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 hm. Bin ich denn hier? Bin ich. Okay. Dann bauen wir die mal direkt dort neben. Super. Alles klar. Kann ich wieder rausgrollen. So. Und da muss ich Rohre verlegen, glaube ich. Erstmal machen wir erst... Erstmal müssen wir... Gucken. Budget-Fans aufrufen. Gebäude verschieben. Genau. Mehrere Probleme. Was sind denn die Probleme? Was ist das? Gebäude muss ein Wasserrohr angeschlossen sein? Genau. Ach, stimmt. Genau. Dann bauen wir jetzt erstmal nochmal eine Straße. Hm, eine gebogene Straße, bitte. So, machen wir mal so. Die führt dann einmal nach... Hier? Würde ich sagen. Ja, doch. Dann fährt dort aus einfach eine gerade Straße bis nach hier hinten. Und hier kommen dann Wohngebiete hin. Würde ich mal meinen. So, die komplette Straße entlang bis... Ja, hier ist ein guter Platz. So. So. Dann brauchen wir aber auch noch Strom. Das heißt, wir bauen erstmal... Die kosten 6.000, ne? Dann bauen wir erstmal... Ja, bauen wir erstmal das hier. Da muss ich jetzt ranscrollen. Guck mal, da wird schon gebaut jetzt. Da wird jetzt schon gebaut. Hm. Von hier... Bis... Hier... Und... Hier... 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 Dort... Dazwischen einer. Hier einer hin. Und bauen wir erstmal nach da. Und... Dann machen wir von hier aus erstmal dort rüber. Geht das? Ja, das geht. Ne. Ach doch. Muss das aber... Ganz knapp. Nein. So, hier hin. So, und da... Die brauchen Strom. Das heißt, wir müssen gleich erstmal... Ich glaube hier noch 44.000. Ja, dann... Kann ich hier erstmal noch was hinbauen. Da siedeln sie sich nämlich langsam an. Bis nach dort. Alles klar. Dann kann ich... Ach, da komm. Komm, 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 komm. Dann kann ich... Den noch mit... Dem verbinden. Gut ist. Und dann brauchen wir aber hiervon ein wenig was. Kommt hier einer hin. Hier. 27.000 habe ich noch. Alles klar. Ah, ist das ganze Strom jetzt... Ist das ganze Stromnetz jetzt versorgt? Wie es aussieht... Ja, okay. Okay. Jetzt brauchen die noch... Oh ja, fuck. Ich brauche Wasser. Ähm... 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 Führen wir die mal nach... Unter den Straßen lang, würde ich sagen. Zack. Von hier aus noch nach. Hier hinten. Dann hier. Hier. Und bis... Hier. Und das verbinden wir nochmal mit dem. Geht das nicht? Verbinden wir das mit dem. So. Okay. Wie sieht das denn jetzt aus? Was meckern die? Was ist das? Hier drin riecht es ja wie ein Kanalisation. Das braucht... Wie? Äh... Das... Das... Was? Das gebrauchte Wasser fließt nicht so schnell ab, wie es sollte. Okay. Was mache ich da? Abwasserrohre. Okay. Kann ich das... Einfach in das Wasser. Okay. Dann packe ich den mal hier hin. Ah, die muss ich jetzt auch mit Rohren verbinden, ne? Geht das jetzt? Ah, der hat keinen Strom. Moment. Da muss ich hier noch... So einen hinsetzen. Hier würde ich auch nochmal einen... Ach, ich hab nicht genug Geld, ne? Nee. Shit. Aber jetzt... Ja, es funktioniert. Es funktioniert, Leute. Es funktioniert. Supergeil. Hat sich hier... Oh, hier hinten hat sich auch schon was anges... Oh, ja! Hier hinten hat sich auch schon was angesiedelt. Aus der Betrieb. Ah, oh, nice! Da hat sich auch schon was angebietet. Wir haben hier überall Gewerbegebiet, ne? Eigentlich könnten wir hier auch noch Wohngebiet hinmachen. Machen wir hier das alles noch zum Wohngebiet. Industriegebiet backen wir woanders hin. Eigentlich könnten wir... Ah, das war dumm. Egal. Kann man das später nochmal alles umändern? Ja, ich glaub schon, ne? Dann würde ich nämlich hier später das Industriegebiet hinmachen. Was ist das denn? Büroge... Oh, Büro gibt's auch noch. Dichtbesiedeltes Wohngebiet. Okay. Ah, das ist eine Innenstadt, würde ich sagen. Das ist außen. Sind für Familien und Kinder attraktiv. Und wir gehen zu schicken Villen. Okay. Das ist... Stadtgebiete, genau. Das sind mehr... Ja, genau. Das sind diese Mehrfamilienhäuser, Apartmenthäuser, etc. Gut, dann würde ich sagen, warten wir jetzt erstmal. Rufen Sie die Info... Verschiedene Info-Overlays. Okay. Huh. Okay, ja, Strom gibt's eigentlich überall. Wir verdienen aber kein Geld. Ich weiß gar nicht, wie man Geld verdient. Wir haben aber schon Bevölker... Oh, wir haben schon 214 Leute. Schau mal was. Wohngebiet zufrieden hat. 31 Gewerbegebiet ist auf jeden Fall zufrieden. Neues Gebiet verfügbar. Industriegebiet. Ja, dafür müssen wir aber jetzt auch neue Straßen bauen. Packen wir das... Oh, wir packen das in so das Triegebiet hier hinten hin. Das wäre auch eine ganz geile Sache. So komplett abgelegen eigentlich. So. Okay, Moment. Nein, wir müssen das so machen. Nicht genug Geld. Wie kostet denn eine Straße? Da müssen wir noch warten. Neues Gebiet verfügbar. Ja, ich hab's gesehen. Wir müssen ein Industriegebiet machen, oder? Haben wir hier denn schon... Moment, da machen wir erst mal vorerst, vorerst ein Industriegebiet hier draus. Können wir das wieder... Ja, genau, gut. Alles klar, können wir wegmachen. Dann machen wir nämlich aus diesem Fleckchen hier erst mal Industriegebiet. Damit wir hier ein bisschen, ja, Industrie haben. Damit wir Ware exportieren und so können. Dadurch dürften wir ja auch Geld verdienen, dann denke ich mal. Was ist das? Planierraupe, okay. Gebietsabgrenzung. Okay. Oh. Okay, cool. Was ist das? Wind. Ah, okay. Und Verkehr... Hier hinten ist der Verkehr relativ hoch. Also hier, ja, weil hier die ganzen Häuser stehen, natürlich. Oh, warte mal. Die sind eher unzufrieden. Warum? Warum sind die unzufrieden? Erwachsene, acht Kinder, Jugendliche. Ungebildet. Ja, gut. Alles klar, es gibt auch ungebildet. Ja, GG. Oh, was ist hier? Oh, die verdienen Geld, oder? Im Normalbetrieb. Okay. Wollen sie Straßen, grenzen sie das Gebiet neben ihnen ab, damit die Bürger einziehen können. Ja, das müssen wir später noch machen. Wie steht es? Unsgesundes Gebäude, steht hier wieder... Hä, 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 okay. Wo ist die nächste Stufe auf? Steht cool. Das grüne Haus-Symbol. Ah. Okay. Das ist gerade im Bau, okay. Wir verdienen kein Geld. Wie verdienen wir denn Geld? Wirtschaft. Äh, Darling, das Großteil, das Städtische, äh, Steuergeldern. Steuern? Können wir steuern über... Einnahmen. Einnahmen und Ausnahmen. Können wir überhaupt... Haben wir irgendwie... Äh, haben wir überhaupt irgendwelche Einnahmen? Öffentliche Einnahmen. Ah, wir haben 300 Dollar durch die Ein... Ah, okay. Und das sind die Ausgaben, oder wie? Ne, das sind die anderen. Äh, Ausgaben. Ah, hier. Straßendienst... Oh, wir haben so viel... Uh, ah, hier. Das kostet... Ah. Hm. Wir verdienen halt nichts. Wir machen eher Verluste. Das ist das Problem. Wir müssen halt noch warten, bis wir halt hier ein bisschen mehr angesiedelt haben. Ist hier an sich bei denen alles okay? Ich glaube schon, oder? Ich denke schon. Wir haben schon den 7.2.2017. Krasser Shit. Aber wir machen halt... Noch machen wir Minus. Das ist halt sehr problematisch. Was ist das? Geringe Nachfrage nach Wohngebieten. Mittlere Nachfrage nach Industrie- und Bürogebieten. Ja gut, klar. Oh, warte mal. Was war hier gerade? Irgendwas war hier gerade. Ha. Weitere Optionen. Oh, was ist hier denn? Füllen. Auswahlrecht. Ah. Okay, cool. So macht man das. Okay, alles klar. 53 Leute plus haben wir gemacht. Und wir... Hm, wir sind im Minus. Och, Leutchens. Die sind bald ein Level weiter. Alles klar. Warte mal. Zeig mir mal an, wie das mit den ganzen Leutchens hier steht. Was ist das denn? Ah, okay. Jetzt sind sie zufrieden. Die hinten sind auch eher unzufrieden. Ja, was soll ich da machen? Kann ich erst mal nichts machen. Was ist mit denen hier? Die sind alle zufrieden. Alles klar. Wir machen immer noch Minus. Ist eher nicht so gut. Aber ich denke, das kommt, wenn wir hier ein bisschen mehr Dings haben. Brauchen wir noch mehr Industriegebiet? Ich weiß nicht. Wir haben eigentlich genug. Aber wir können das hier eigentlich alles zu Industriegebieten machen, würde ich sagen. Äh, füllen, ne? So, dann machen wir das hier alles noch zum Industriegebiet. Zack, zack. Haben wir ja nämlich... Ja, dann können wir nämlich vielleicht noch ein paar mehr, mehr, mehr... Ja. Ein paar mehr Sachen anbauen. Oder anbauen? Was heißt anbauen? Was ist mit ihm hier? Nein, nicht... Okay, gut. Was ist mit ihm eben? Ne, gerade... Was ist... Warum sind die nicht zufrieden? Was ist denn mit denen? Hm. Oh. Oh, wir machen Plus. Eben haben wir Plus gemacht. Wir machen Plus. Wir machen Plus, Leute. Wir machen schon mal Plus. Super geil. Sehr gut. Auf jeden Fall. Machen Plus 22, Plus 5... Oh, jetzt, jetzt geht's aber los. Ich weiß gar nicht, woher die ganzen Finanzen kommen. Äh, gucken wir mal nach. Äh, die Einnahmen kommen... ...durch das Gewerbegebiet sehr stark. Ich glaube, dann sollte ich das doch zum... Dann lasse ich das als Gewerbegebiet. Das ist, glaube ich, doch... ...sinnvoller. Einmal bitte komplett ausfüllen. Danke. Hier auch nochmal. Da. Lassen wir das als Gewerbegebiet. Denn das Gewerbegebiet nimmt am meisten ein irgendwie. Hier 700. Und das Wohngebiet nimmt auch ganz gut was ein. Wir sollten auch bald nochmal verlängern. Aber wir haben noch kein Geld, um neue Straßen zu bauen. Wie viel kostet eine Straße denn? Unterhalt. Okay. Was ist denn normaler? Ist das normaler? Ach, zwei... Ah, das ist Kiesstraße. Das ist zweispurige Einbahnstraße. Alles klar. Und das ist normale Straße. Okay, dann brauchen wir... Einbahnstraße brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich will hier hinten erstmal... Obwohl, wir müssen erstmal hier dieses Wohngebiet, glaube ich, erweitern. Aber wir machen das... Hier. Hier müssen wir auch mal... Genau, wir führen hier eine Straße lang nach dort. Wir haben nicht genug Geld. Ja, verdammt. Ungültige Form. Okay, wir müssen noch warten. Bis wir ein wenig mehr Geld haben, dann machen wir erstmal... Hier dieses kleine Stückchen. Erstmal dieses kleine Stückchen hier weg an Gebiet. Dann machen wir da später eine Straße. Wir machen auf jeden Fall sehr... Oh, Alter. Oh, jetzt nehmen... Oh, jetzt nehmen die aber ganz schön gut. Oh. Oh. Die geben ganz schön gut was ab, ey. Die geben sehr gut was ab. Das ist super. Durch die ganzen Bürger kriegen wir ganz gut Geld. Habe ich das da... Das ist Gewerbegebiet. Ja, wir müssen... Oh, wir müssen unbedingt... Straße bauen. Oh. Erreichen die Bevölkerung von 500. Steuern da... Ah, neues Feature. Okay, neue Dienstleistung. Müll, Gesundheitswesen und Bildung. Mülldeponie, Arztpraxis und Grundschule. Alles klar. Das kommt als nächstes Level. Genau, einzigartige Berührung schafften. Alles klar. Supergeil. Oh, wir haben 20.000. Oh, nice. Sehr gut. Machen wir mal bis hier. Ja, alles klar. Bauen wir da hin. Alles klar. Super. Dann will ich erstmal hier hinten wieder ein Industriegebiet hinbauen. Das wollte ich ja eben schon machen. Genau. Einmal bis hier, bitte. Und dann einmal bis hier. Das machen wir alles zum Industriegebiet, Leute. Alles zum... Oh, so richtig. Kleines Gestrüpp. Großes Gestrüpp. Das geht ja nicht, ne? Wir können es... Okay, so ist es noch einfacher. Oh, je, je. Herrlich. Schön. Super, super geil. So kann man das natürlich alles viel einfacher ein... Einfärben, wollte ich schon sagen. Markieren. Was haben wir denn hier? Was will das denn von mir? Was ist mit dir? Wieso kann ich dich nicht anklicken? Ich kann das nicht anklicken. Huh.